Und abschließend wird es nochmal richtig weihnachtlich mit unserem Adventkalender. Sängerin Virginia Ernst war zu Gast im Studio, um uns so richtig in Weihnachtsstimmung zu versetzen. Sängerin Virginia Ernst. 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 I saw an angel Over the mountain She crossed the ocean And came to me I saw an angel Over the mountain She crossed the ocean And came to me And on the other side Of the mountain There was a choir That sang to me Frønværnachten Gump 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 I I I I I Bis zum nächsten Mal.